NDR 90,3 Der schönste Musikmix der Stadt. Und am Pfaffteintelefon ist jetzt Marianne Schatzow aus Horn. Hallo Frau Schatzow. Frau Schatzow, grüße Sie. Waren Sie kurz abgelenkt? Ich heiße nicht Schatzow, sondern Scheizow. Scheizow, Mensch. Ja, da haben wir das ein bisschen falsch aufgeschrieben, aber jetzt haben wir es korrigiert. Auf jeden Fall sofort richtig notiert bei uns. Frau Schatzow, Sie haben einen ganz besonderen Musikwunsch und zwar von Arno. Wie kamen Sie denn auf diesen Titel? Ja, das ist so. Wir haben vor drei Jahren, also schon das zweite Mal dann, davor schon mal Urlaub gemacht, in Zinnowitz auf der schönen Insel Usedom. Und das war an meinem Geburtstag und wir haben die Familie unseres Vermieters, die Familie Zinnowitz, Quatsch, die Familie Zilmer, eingeladen, bei uns ein bisschen mit zu feiern in unserem Ferienhäuschen. So, und dann sagt sie, ja, ach, das geht schlecht, mein Sohn ist gerade zu Besuch da und die Tochter war da. Ich sage, das ist doch kein Problem, dann bringt ihr den mit. Ja, prima. Dann kann Arno ja auch seine Gitarre mitbringen. Na, da habe ich gedacht, schön, haben wir ein bisschen Musik dabei. Damals war er noch nicht so professionell, das war wohl noch in seinen Anfängen. Und es war so ein wunderschöner Abend mit seiner Musik. Also er textet selber und singt natürlich dazu und ja, es war traumhaft schön. Ein paar Tage später sind wir dann nochmal an den Lieberwinkel. Na, wie heißt der Botten da? Habe ich jetzt vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Kommen wir noch kurz zur Musik, genau. Sind wir hin und haben noch die Tochter besucht und Arno war auch wieder da. Und wir saßen da am See und haben gegrillt. Er hat dann Musik gemacht. Über dem Botten ging riesengroß, die Sonne knallrot unter und im Osten ging der Mond riesengroß auf. Also es war sowas Romantisches und das haben wir nicht vergessen. Also ein richtig schönes Bild, mit dem Sie jetzt auch diese Musik verbinden, ne? Genau. Und dann haben Sie auch gehört, dass Arno auch bei uns bei einer 90,3 öfter mal lief, ne? Ja, das wusste ich ja gar nicht. Ich wusste nur, ich bin mit der Mutter inzwischen befreundet. Und wir telefonieren manchmal und wenn sie in Hamburg ist, besucht sie uns auch. Und da hat sie erzählt, ja, mit seiner Band, er war auch schon in Belgien und dort im Radio und so weiter und so fort. Und naja, und da habe ich gedacht, Gott, dann können wir das doch hier vielleicht mal hören. Auf jeden Fall. So, und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal einfach den NDR anzurufen. Eine sehr gute Idee, Frau Scheizow. Dann spielen wir jetzt nämlich auch Arno und den Wanderer extra für Sie. Schöne Grüße nach Horn und ein schönes Wochenende. Ja, und darf ich nochmal ganz kurz was sagen? Aber natürlich. Äh, wir wandern nämlich leidenschaftlich gerne, mein Mann und ich, zu Fuß mit dem Fahrrad quer durch Deutschland und so weiter. Und in diesem Jahr ist es leider nichts geworden, weil ich mir die Schulter gebrochen habe. Aber wir feiern in diesem Jahr unsere Diamantenhochzeit. Oh. Und da möchte ich meinem lieben Kalli ganz herzliche Grüße sagen. Ja. Kalli, du oller Wikinger. Sonne, Blitz und Donner haben wir im Laufe der 60 Jahre durchlebt. Und immer wieder ging die Sonne auf. Ja, so ist das nun mal im Leben. Eine schöne Zeit liegt hinter uns und dass noch viele, viele gemeinsame Jahre vor uns liegen wird. Das wünsche ich uns beiden. Frau Scheizow, das schaffen Sie ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Schöne Grüße nach Horn und jetzt Ihre Musik, Ihr Musikwunsch, Arno und den Wanderer. Ja, danke schön und gut an das ganze Team. Richtig aus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Schön dich zu sehen, wo kommst du her? Ich bin ein Wanderer und komm vom Meer. Doch mein Zuhause ist überall. So viele Herzen bring ich zu Fall. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Du fragst, warum ich nicht bleiben kann. Was einmal aus uns wird, heute und irgendwann. Die Welt dreht sich für viele wie ein hamsterate Kreis. Für mich doch fährt sie weiter und ich folge. weil ich weiß Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen Vergiss unsere Zeit nicht Sie war sehr schön Lass uns die Zeit nicht verschwinden Mit Schlössern, die wir vielleicht morgen erst bauen In diesem Moment brennt die Seele Und wir merken sonst gar nichts davon Lass uns die Zeit nicht verschwinden Mit Schlössern, die wir vielleicht morgen erst bauen In diesem Moment brennt die Seele Und wir merken sonst gar nichts davon Schön dich zu sehen Wo kommst du her? Ich bin ein Wanderer Musik von Arno Hier bei NDR 90,3 für Marianne Scheizow In Horn schöne Grüße noch einmal Ich bin ein Wanderer Hier bei NDR 90,4 für Marianne Scheizow